Jetzt bin ich hier nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Also wir haben ja, ich hab mir das ja jetzt nochmal aufstehen, wir haben ja so eine komische Kombination. Wir haben ja jetzt Sam gegen Gina-Lisa und Elsa erstmal, muss man dazu sagen. Aber dann geht es natürlich noch weiter. Wir gucken uns erstmal diesen Teil an und sehen uns gleich. Keinen Anstand hast du. Ey, fang nicht da an, ich schloss, fang nicht da an. Elsa, ruhig. Elsa ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Das habt ihr jetzt gesehen, jetzt haben wir noch Jasmin dabei mit Elsa, mein lieber Schwann. Das geht aber auch, ey Gott, meine Güte nochmal. Da gucken wir jetzt auch nicht mehr rein, weil da ging es nämlich auch richtig krass ab. Und dann sehen wir uns dann nochmal wieder. Da sagt kein Mensch zu mir, ich bin kein fucking niemand. Nein, jetzt rein. Nein, also du willst mit mir normalen reden, dann kommst du mir her mit deiner hohen Stimme. Also wir haben jetzt gesehen, heute ging es richtig ab. Sam, Kim, Elsa, Jasmin. Boah, meine Fresse, es ging ja nur ein Hin und Her. Ich bin natürlich gespannt, wer da rausfliegt. Aber das ist schon echt, Alter, da kommst du ja gar nicht mehr mit, ey. Mein lieber Schwann.